... ein Gegner das auch kann. Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Ne, das stimmt. Halte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Bene, bene. Jetzt noch einmal. Baham! Viel besser. Ein letztes Mal. Jawohl. Aufs Maul! Entwaffnung. Entwaffnen, alles klar. Ja, Ziel erfassen. Also. Na los, komm. Komm. Oh. Oh, da liegt noch sein Schwert von eben. Hahaha. Wir verprügeln unseren Onkel hier. Der arme Mario. Oh, verdammt. Jawohl. Magnifico. Ja, da können wir nämlich die dicken, äh, Rohlinge mit den... Ah, cool. Damit kann man nämlich den dicken, äh, Rohlinge in ihre Hellbade abnehmen. Ah, schon wieder nichts zu tränken. Ja, wir sind vorsichtig. Oh, 1100. Davon können wir uns nichts leisten. Scheiße. Gaga. So, wohin darf es denn gehen? Viel Glück, neue Lieferanten gefüllt und gebe allem... Ihr wollt Pflege für alle. Pflege für alle. Ja, es wird wesentlich sonniger hier. Fröhlicher. Ein Hoch auf die Karte. Mal schauen, was haben wir denn da drin. Naja, 200. Immerhin. Wo müssen wir denn hin? Wieder nach Florenz. In die Toskana. Ja. Okay. Nehmen wir mal ein Pferd. Oh, ja. Nehmen wir mal ein Pferd. Und reiten mal selber. Das machen wir so selten sonst. Was denn, weiß ich nicht genau, wohin wir müssen. Deswegen... Ist das nicht schlecht. Wenn wir das mal selber machen. Ja. Ach, gibt nur ein Ziel da. Gut, von mir aus. Ähm, ja. Die Ladesequenz überspringe ich wieder. Bis... So, und da bin ich auch schon wieder. Laden ist beendet. Und hier gibt's ein Templer Grab. Na, ich würd sagen, der Rest kann warten. Erstmal Templer Grab. Äh, Templer Grab. Assassinen Grab. Haben wir denn hier schon alle Aussichtspunkte? Nein, haben wir nicht. Schlägerei. Schlägerei. Okay, geil. Machen wir. Ja, würd ich sagen. Erstmal hier im... Ups. Ja. Na. So. Nein, falsche Taste. Daran nagt das. Oh, ich bin hier meist gesucht. Das ist nicht so schön. Machen wir hier schön ein paar Nebenmissionen. Dann kriegen wir ordentlich Kohle wieder. Aber man kann hier ja sowieso leicht eindrängen. So. Klingen. So, damit sind wir fast gar nicht mehr bekannt hier. Wo das Ding ist, weiß ich schon auswendig praktisch. Weil ich das früher so oft abgerissen hab, immer. Das kenn ich noch ganz genau. Macht nix. Ach, ja. So, was haben wir hier unten? Ach, nee. Hier ist, äh, Attentatsmissen. Missen. Mission. Erstmal plündern. Das Übliche. Ach, Mann. Warum wieder nur einen? Die Kraftprotze, die uns täglich prügeln und schikanieren, fürchten sich vor einem einzelnen Mann. Haha, ja, vor mir. Oh ja, das tun sie. Sie fürchten mich. Ah, nein. Schade. Aber hier. Nein, auch nicht. Verdammt. Wie soll ich denn da sonst hochkommen? Ach, da oben. Ja, geh mal besser nach... Ups, Entschuldigung. Oh, ich bin daneben gelaufen. Macht nix. Ich krieg ihn trotzdem. So, ich will kurz da oben hoch. Wegen, weil da oben ist Schatz, glaub ich. War auch geiler Satzbomb mal wieder. Jawohl, da oben ist ein Schatz. Den will ich haben. Okay. Und ab und hoch. Da hört man schon... Kling, kling, kling. Schön. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Ezio. Ganz ruhig. Nicht abmaulen. Ja, finde ich auch schlimm. Jetzt bin ich an der Prügelei hier vorbeigelaufen, ich genie. Ich will mich schlagen. Eigentlich bin ich ja ganz ruhiger, ich schlag mich nie. Also, jetzt Ezio. Der konnte kaum seinen Satz zu Ende bringen. War er schon tot. Oh, wen sollen wir jetzt schlagen? Ja, aber klar, wieder den Mann verprügeln. Können wir ihn auch vergiften? Verprügeln wir ihn, Ehemann. Ich glaube, die hatte ich sogar... Vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich hatte das kürzlich nochmal. Mein Speicherstand hat ein bisschen weitergespielt. Auf der PS3 ist das aber. Da hatte ich, glaube ich, auch genau die Mission hier angenommen. Wenn ich mich nicht irre. Und das tue ich ja nie. Der kommt mir bekannt vor. Da! Nicht umsehen! Alter! Bam! Ausgewichen. Oh, verdammt. Oh. Habe ich den abgestochen? Scheiße! Kann vorkommen. Verdammt, ey. Ja, gut. Passiert, ne? Würde ich mal sagen. Bewegen wir uns nochmal in die Richtung. Oh. Für seine... Jetzt ist bei mir gerade Ton weg gewesen. Ich hasse das. Wie so vieles. Alles frickt mich auf. Bam, bam, bam. Alter, der kriegt aber auch auf die Fresse. Zack, daneben. Oh, verdammt. Bam, hat der nochmal eine abbekommen. Ach, damit habe ich ihn jetzt überzeugt. So, und ich muss jetzt wieder einmal Neustart. Und ich hasse es, aber so verschiebt sich das wenigstens nicht. Ey, Stranzo! 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 Meine Herren, legt die Waffen nieder. Wir machen alles hier. So. Nächstes. Äh, Auftragsdar... Dings bringen. Kurier! Nicht bringen Mission. Und danach würde ich sagen, geht's ins Assassinen Grab. Hm. Ey, Ekolo! Du kannst nicht entkommen! Ey. Das finde ich jetzt aber frech. Entwaffnen wir ihn mal und verpassen ihm eins mit seinem eigenen Schwert voll in den Arsch. So ein Billigding wollen wir hier nicht haben, ne? Was sind... Was sind das bitte für Seile, die die da gespannt haben, dass man da drauf locker drauf rumhüpfen kann? Achso, mich analysieren. Wird gemacht. Es geritzt das Ding. Oh, gleich drei. Okay. Schaffen wir. Nummer eins ist ja relativ weit weg sogar. Hätte ich vielleicht zum Schluss machen sollen. Kann ich ja im Voraus nicht wissen. Alter, das ist ja echt am anderen Arsch. Der... Stadt. Scheiße, ich hätte die anderen beiden zuerst machen müssen. Wollen die mich verarschen? Wo ist denn das ganz? Außerhalb der Stadt auch noch! Hä? Wohin soll ich denn den Scheiß bringen? Ach, da oben ganz hin. Ja klar, warum denn nicht? Flachs, ne? Ne, 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 komm. Das, äh... Kann man das neu starten? Nein. Scheiße. Das hätte ich zum Schluss hier machen sollen. Und dann mit dem Pferd da hin reiten sollen. Finde ich hier irgendwo eines? Da. Ich leih mir mal eben das Pferd aus. Alter Schwede, ey. Ich glaub, es hackt. Ja, ist klar. Ah, grazie. Ja, jetzt heizt's Maul. Ich muss weiter. Nein. So. Nächstes Ziel ist wo? Oh mein Gott. 500! What? Oh mein Gott. Das ist ja ehrlich. Am anderen Arsch der Heide hier. Okay, die wären alle scheiße gewesen, aber... Das ist ja wohl die Oberkacke da gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Mission habe ich sowas von gar keinen Bock, weil das so... ...weit alles ist. Wahrscheinlich da abgeben. Scheiße, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie im Leben. Das ist da hinten ganz... ...verflucht. Oh, scheiße, so knapp. Ficken. Ja, nochmal. Los, komm. Diesmal hole ich mir sofort ein Pferd und lauf nach unten. Animus Steuerungssystem. Achso, da kann man Tutorials machen. So, kurz auf die Map gucken. Nach unten raus ist kürzer. Nicht nur kürzer, sondern auch besser. Und dann schnappe ich mir sofort ein Pferd, reite einmal drumherum. Und kann dann gleich die Türme machen. Entschuldigung. Ja, verpiss dich. Du stinkst nach Scheiße, du Penner. So, jetzt los hier. Lauf. Aus dem Weg. Los, komm. Los geht's. Ja, reite. Alter. An einem Baum bin ich hängen geblieben. So, da ist Dorf Nummer 1, wo ich hin muss. Weil wer weiß, wo der Bimbo da steht. Wahrscheinlich genau auf der anderen Seite oder so. Ja. Ja, genau. Jetzt kann ich... amentarien. Vielen Dank.